Liebe Wähler und Wählerinnen und Wahle, ich bedanke mich sehr für das mir entgegengebrachte Vertrauen und ich leite daraus natürlich einen klaren Gesangsauftrag für mich ab. Besonders freut es mich persönlich aber auch, dass damit die Zwistigkeiten im Hause JBO endgültig der Vergangenheit... Ah! Boah! Arschloch! Oh! Zivar Untertitelung des ZDF, 2020